Wie Sie Rollen auf Remote-Servern installieren, erfahren Sie in diesem Video. Wir haben die Möglichkeit, von einem Server aus auf einem anderen Server Remote-Rollen zu installieren. Ich spreche dabei nicht von z.B. Remote-Desktop, sondern direkt hier aus dem Server-Manager. Vorneweg muss ich Ihnen aber gleich sagen, diese Installationen oder diese Remote-Konfigurationen funktionieren nur optimal, wenn Sie die Systeme in eine Domäne eingebunden haben. Ansonsten, wenn Sie hier, so wie ich diesen Server jetzt zur Verfügung habe, ist es absolut nicht optimal, bzw. mit sehr viel Konfigurationsaufwand verbunden, um diese Remote-Installationen durchzuführen bzw. umzusetzen. Weil es fehlen die Berechtigungen, wir haben keine Berechtigung von einem Computer auf den anderen Computer zuzugreifen, wir müssen da Firewall-Regeln konfigurieren usw. usf. Ich zeige Ihnen aber trotzdem, wie es funktioniert, damit, wenn die Systeme zu einer Domäne gehören, wie Sie dann diese Remote-Rollen installieren können. Der erste Weg besteht darin, den Server-Manager zu verwenden. Ich kann auf Verwalten, Server hinzufügen und ich habe dann die Möglichkeit, das Active Directory zu durchsuchen. Ich kann den Server hier unten auswählen, mit der Pfeiltaste auf dieses Fenster, auf diese Seite bringen, OK und dann würde der Server hier in diesem Feld unter Alle Server angezeigt werden. Mit rechter Maustaste hätte ich dann die Möglichkeit, Rollen und Features hinzuzufügen. Das funktioniert wirklich sehr gut. Wir haben eine weitere Möglichkeit, mit der PowerShell diese Systeme Remote zu verwalten. Dazu verwende ich, wie gesagt, die PowerShell. Ich wähle dann Install Windows Feature. Dann zum Beispiel, ich möchte DHCP installieren. Ich wähle dann den Computername vom entsprechenden Server, vom Remote Server. Das ist jetzt ein fiktiver Name, Server 1. Und ich kann so diese Windows Feature Installation, DHCP, auf dem Computer Server 1 installieren. Das geht jetzt in diesem Fall nicht, weil ich habe keinen Server 1. Alle Server, die ich jetzt aufgesetzt habe, haben immer noch diesen zufalls generierten Computernamen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass ich die PowerShell verwende, indem ich Invoke Command einsetze. Richtig schreiben, dann funktioniert es einfach immer besser. Invoke Command. Dann kann ich sagen, wo möchte ich diese Konfiguration durchführen. Dann wähle ich dazu Minus Computername. Dann zum Beispiel DCSRV01 und DCSRV02. Und was möchte ich machen, das schreibe ich in einen Skriptblock. In diesem Skriptblock starte ich mit geschweiften Klammern. Sage ich zum Beispiel, ich möchte die Hilfedateien aktualisieren auf diesen zwei Systemen. Das wäre dann Update Help. Dann mit dem Stern als Platzhalter und mit Minus Force, damit sämtliche Dateien, Hilfedateien, die lokal verfügbar sind, zusätzlich überschrieben werden. Also mit einem Commandlet kann ich auf zwei Remote Servern die PowerShell Hilfe direkt aktualisieren. Das ist sehr nützlich, weil ich muss dann nicht immer eine RDP Session oder eine Verbindung vom einen System zum anderen System ausführen. Ich kann es direkt von meinem einzelnen Verwaltungs-PC direkt ausführen. Ich habe eine zusätzliche Möglichkeit, indem ich eine Remote Session starte, indem ich Enter PS Session ausführe, Minus Computername, wohin möchte ich, richtig schreiben, wohin möchte ich diese Session aufbauen und dann wiederum DCSRV01. Wenn ich da nun Enter drücken würde, würde die PowerShell eine Verbindung aufbauen zu diesem System und sämtliche Befehle, die ich dann absetzen würde, werden direkt auf diesem System DCSRV01 umgesetzt. Versuchen Sie, wenn Sie eine Domäne zur Verfügung haben und Ihre Systeme in die Domäne integriert sind, diese Remote Sessions aus. In der Domäne funktionieren diese absolut perfekt. Da gibt es keine Probleme damit. Sie können da sicher erfolgreich Remote Server Rollen installieren. Dann haben Sie, wenn Sie, wenn Sie eine Funktion nehmen, können Sie sich hören können. Die Formation von der Domäne für die 2.000€-Zuhe und die 4.000€-Zuhe und die 1.000€-Zuhe Vielen Dank.